Einmal noch deutsche Memes hier, Leute, komm, die können wir uns auch noch einmal reinziehen, die können wir uns auch noch einmal reinziehen, die können wir uns auch noch einmal reinziehen, die können wir auch noch mal reingucken, oder was? You looked Axel, let's go! Ihr wollt Beef und ich drehe euch durch einen Fleischwolf. Ich bin jetzt on fire, ähnlich wie ein Streichholz. Damn! Damn, bro! Damn! Moneyboy ist wirklich on fire, ähnlich wie ein Streichholz, Digga, aus einem US-amerikanischen 1 zu 1 gehopst. Jetzt tu ich doch mein Energy in den Cola rein, muss aber nicht jeder sehen, weil das sehen die nicht so gerne, was seine eigenen Getränke mitbringt, aber ich muss ihr Geld sparen. Hört mich doch nicht! Benji Ewald, Alter, Legende, Legende, Mann. Ich weiß es nämlich nicht! Bitte an die Kasse. Ja, Rack. Ja, Rack. Oh, Digga, nein. Ey, 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 das ist dein Movie. Protonstrahler an! Bam! Oh, shit! Ich knaust hier einfach eine komplette Flasche Koks getrunken. Feuer! Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, Digga. Ja! Mein Zeugnis damals! Mein Zeugnis! Alter, was ist denn mit Merkel los? What the fuck? Bro, it's better not only know me. Awww! Corona hate me like. Hey, Mervet. Was machst du da? Lass den Kleinen nicht auf den Kopf fallen. Ich möchte nicht, dass er so aussieht eben später, wie du. Schmerzhaft. Ich werde dafür zahlen. Im Hintergrund die Cops, die ihm seinen Führerschein nehmen wollen. Hurensohn. Hurensohn bist du. Nein, Bro, nein. Scheiße, zu hell hier. Mach mal Licht aus, bitte. Digga, danke, ja? Ja, moin, moin, ihr Trompetenköpfe. Was geht? Wie heißt du? Tanzobot. Was möchtest du für uns singen? Tanzobot. Alles klar. Ja. Ja. Ey, dieses Masken für Memes hat in Deutschland richtig Anklang gefunden, ne? Ja, Bro, Lombardi ist verliebt direkt. Okay, danke schön. Moment, Moment. Was fällt dir Bastard eigentlich ein? Das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Wow. Du singst scheiße, Punkt. Lombardi, Alter, das ist Kunst. Willst du dich boxen? Willst du dich boxen? Komm her, komm. Lass uns schicken, geh einmal. Komm her, du Wichser. Komm her. Okay, ich glaube, das reicht. Darf ich gehen? Komm her, du Wichser. Okay, Bro. Ey, scheiße, ich habe das Auto von meinem Vater genommen und ich habe hier einen Kratzer reingemacht. Mein Vater wird mich umbringen, Alter. So was gibt es? Digga, was für ein Kratzer, Alter. Gibt es nur bei uns in der Stadt, Leute. Guckt mal. Hier ist ein 30er Schild und wenn man auf die andere Seite geht, dann hört die 30er Zone auf. Das heißt, das ist nur dieses kleine Stück hier. Bro. Bro. Oh, Digga. Oh, fucking du, ihren Führerschein, Bro. Ja, es ist also nur hier. Danke, dass die das nochmal specified hat, Bro. Alter. Digga. Mann, Junge. Perfekt. Einfach wieder Meme, einfach aus dem Deutschen, aus dem Englischen übersetzt. Hast du schon, die Arbeiten korrigiert ist, Digga. Bro, willst du was cooles sehen? Was? Digga, hau auf! Hau! Ah, komm, komm, komm. Einmal. Hier wird da sicherlich auch was Neues dabei sein. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, Kevins Video müssen wir, sag ich, noch reinziehen. Die hellste Birne auf dem Teller, Kevin. Hau auf, hier! Legg mir! Wenn dein Vater dir die Schuld dafür gibt, dass er es nicht repariert bekommt, weil du die Lampe falsch hältst. Safe, Dad, Bro. Du bist einfach so dumm, das zu reparieren. Ah, ich geh raus hier! Darf ich mir das Video von Kevin ja gar nicht angucken, weil er gebannt ist, ne? Oh, wie lost. Ja, jetzt bitte auf, Monika zu ärgern, ja? Sonst muss ich mal eingreifen und das wird heftig. Bro, Alter. Ich jeden Abend. Du kannst die Maske jetzt abmachen. Nee. Warum nicht? Weil ich mich so besser fühle, wenn die Haare so scheiße aussehen. Oh yeah, that's real talk. Wie war's? Du hast vorher auch nicht grad viel besser aus, aber gut. Ach, Digga, lost. Die Crowd dazu. Mal sehen. Olaf merksam, ungeduldig und ein glasiger Blick. Sehen Sie sich genau die, ich wäre wirklich lieber gerade ganz woanders Plakette an. Wenn man da ist, dass der Umland gekommen ist, dann muss er die zu große Hose zeigen. Mama, die passt nicht. Wilde Chain aber. Auf Greenstream angelehnt, alles hier im Outfit. Kein Nagelack für Männer. Alter, was bist denn du für ein 1990, also 1990, also 1990, Alter. Genau, sag's ihm, Bro. Was bist du für ein 19, ja, Alter, bist du für ein 19, ja, das ist ja noch nicht so, ja. Das ist Jahrhundert, Alter. Rainer! Ich muss laufen. Würde ich mir auch kaufen, die App. Würde ich mir auch kaufen. Ich würde mir auch kaufen. Nein, Digga. Mach weiter, Eier. Ah nein. Lauf, die Cops, die Cops, die Cops. Bin ich aber mal auf ihn gespannt, wie der so ist. Oh, ich glaube, das ist er. Schauspielerich. 1 zu 0 auf jeden Fall. Digga, da würde ich aber ganz schnell die Tür zumachen. Ich bin eigentlich zu Schopan. Ist richtig. Rohranstäbchen aus Bambus. Zufällig gerade liegen die auf meinem Tisch. Oder hier. Brettchen steht hier auf meinem Schreibstisch. Auch aus Bambus. Meine Zahnbürste ist auch aus Bambus. Simon, halt deine Fresse. Monte, Kruz und Kuss geht raus von Karin aus Goethen. Ach, die Scheiße. Scheiße. Ja, Mann. Ja, Mann. Ach, Mann. So eine Scheiße. Und hops. Der elastische Hosenbund. Er kann seinen Körper wahrhaft fantastisch verformen. Endlich kann ich meine Zehen berühren. Prepare for the worse. Ich denke, er hat diese Bälle immer so richtig mit Wut geworfen auf alle Leute. Einfach nur Verletzten. Mehmet, hör auf, Medizinball zu werfen. Achim aus Chorweiler, der Ehrenmann, Alter. Wenn, was er hat, dann ist hier das Ganze im Jebungen. Das hat alles das Ganze im Jebungen. Das ist meine Welt. Das ist meine Welt, nein. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du siehst. Das ist klar. Das ist bekannt. Bitte Kekse, Junge. Bitte. Nee, Zeug. Arminer. Wer müsste es lau sein? Eitelchen. Wer möchte. Meine Damen und Herren, wir haben ihn. Simon. Simon. Hosen sind rot. Schau, wie ich mit dem Boot ruder. Was, Bruder? Are you ready to go to Disneyland? Ja. Yeah. Yeah. Ja, ist ja wichtig, ne? Rosen sind rot. Ich fahr ganz schnell. 2 Eisen mit Kamehren. Fahrt immer fort. 2 Eisen mit Kamehren. Richtig. Insbesondere, wenn ihr innerorts fahrt. Marcel, das ist im Ort. Auch wenn ich sehr gerne schnell fahre, fahre ich immer bedacht. Nee, ich betreibe die Lage ein bisschen. Ah, they got Naruto run it at home. Die Arme, Alter. Nockchen, danke, Nippe, dein Zap. Nein. Nachdem man die Lage einfach Medizinballer in den Kopf geworfen hat, alle so. Geht alle rein. Ich wohne da, du da. Ist schon ganz schön weit, wa? Ist auch gut so. Steigen. Ah, Ron Troschke, immer wieder der peinliche Boss. Geh aus dem Bett. Dreht in Swaggo. Ja, Leute, der deutsche Meme sind wir auf jeden Fall an der Stelle mit durch. Und an der Stelle, die immer wieder steigen. Und jetzt können wir ja auch daqui,yez in NF- quiere sein. Und dieses varieg, ganz ganz schön viel Yao können.